So liebe Leute, unser Mainwacher geht jetzt auch langsam dem Ende zu. Es sind schon weniger geworden. Es sind schon weniger geworden, die sich das probieren lassen sollten. Es sind schon weniger geworden. Zuerst stirbt die Waren, dann die Vernunft, am Ende der Soldat. Da ist auch noch ein Schild, Frieden schaffen ohne Waffen. Menschen, weigert euch rein. Sehr schön. Danke. Danke. So. Danke. Danke. Danke, Leute. Das war unsere Mainwache für Frieden auf der Welt, für Frieden mit Russland, gegen Kriegstreiberei und gegen Hass. Wir sehen uns am Montag zum Spaziergang um 18 Uhr, wie immer. Macht's gut. Bleibt standhaft. Lasst euch nicht unterkriegen. Wir kämpfen weiter. Macht's gut. Und ein schönes Wochenende noch. Passt stunden. Bam. Und mit mit.